Angucken, kommt schon wieder ein Feindpanzer. Höre ich, ja. Hier hinten sind wir doch wieder am Feld. Hier vor mir in den Büschen. Ich bin weiter parallel noch, Vorsicht. Hier sind zwei. Ich komme jetzt von hinten. Hab drei erwischt. Aber hier kommen noch mehr. Das ist das Feld, wo wir eben waren, ne? Ja, ja, wird wahrscheinlich dieselbe Rasselbande sein, die eben gemeldet wurde. Ganz viele vorauswählen. Unterdrück dich, ich schmeiß Granaten. Ach, das wieder. Eine. Zwei. Muss laden. Kann übernehmen. Ich werfe jetzt auch. Jawohl, ich decke. Au. Oh, das war ein bisschen nah. Nee. Echt? Für mich schon, ja. Im Splitterbau. Die liegen aber immer noch da drin. Ja, ja, okay. Ja, hörst du sie? Ja, ich stürmlohn. Ja, ja. Wir haben auch Mörder auf dem Café Norden. Ja, die legen sich immer hin. Die legen da in der Buschreihe. Regt an der Hecke. Regenturte. Ja, ja, okay. Das sieht gut aus. Wir auch wieder. Ah, ja, ja. Aber ich glaube, das waren nur vier. Die haben wir. Gut, gut. Hatte ich auch gerade vorher, genau. Dann gehen wir mal die Hecken ein bisschen auf. Mischen da hinten. Äh, adieu, Master, da arrive ich jetzt noch vor. Da komm... Die kommen voraus. Ah, ja, hinten. Oh! Er hat nicht gelogen. Ja, da kommen sie. Oh, das war ein zweiter. Okay, west, west. Ich habe sie alle. Sehr. Wir kommen hinter uns durch am Rally. Wir müssen uns umdrehen, sobald er wieder gespawnt ist. Okay, merci. Wir gehen in die andere Richtung. Oh, aber wir sind gerade auch noch mal schneller als du. Äh, vor uns läuft ein ganzer Trupp übers Feld. Siehst du das? Oh, oh, oh. Ja. Ich bin einiger auf dabei, Vorsicht. Jawohl. Oh ja, scheiße. Gut, dass ich mich treffen kann. Okay, erstmal Deckung und wir nehmen die ins Kreuzfeld mit diesen Jungs. Ah ja, von... Rally hier links. Und wir haben einen Kontakt über die... Granate fliegt. Nee, nee, nicht, nicht, nicht. Geht zurück, geht zurück. Granate liegt nämlich, geht zurück. Bin schon weg. Ja. Jo, hab's überlebt. Ja, das war. Okay, dann machen wir die Vorgehäten unsicher. Ja. Wir können hier links die Straßen mal runter. Ich dachte gerade, der Sack hier, der Lied, ruhig. Sniper hier oben irgendwo. Ja, Sniper hab ich auch noch. Ach, mein Gott. Ich seh den Sniper. Links. Oben im Haus, das? Ja, ja. Hinter uns, hinter uns. Hab ihn. Okay, gebt ihr... Oh Gott, äh, scheiß MG kommt hier die Straßen runter. Ich hab es. Hab es. Oh mein Gott. Aber beide gut. Der Sniper ist da oben noch drin, der. Ich muss mich halten. Ich auch. Die wissen, wo wir sind. Wir müssen einfach außen rum. Ich muss mal kurz den Typen holen, die ich... Okay. Ja, das ist ein Gewicht. Oh, das war vielleicht eine Grenade, oder? Und manchmal, manchmal ist es eine Miserung. Aber okay. Das ist ein Spiel. Mein Gott, ist das hier ätzend. Ich komme aus allen Richtungen, die Wichser. Ja. Link, links, 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 links des Hauses. Im Haus. Hinterm Haus ist der. Ich höre die Schritte im Haus. Ja, warte mal, ich kann nicht folgen hier. Der Tommy ist hinter mir. Du musst ganz weit laufen. Hab einen. Gut. Einer ist draußen im Garten. Den hole ich mir. Bei mir, bei mir. Na, bei mir schon. Der wollte klettern. Ja, ja, vor der Möhre. Sauber. Das waren die beiden. Ich komme wieder zu dir. Wo kam die her, verdammt? Aus dem Osten, irgendwo. Die haben da bestimmt irgendwie irgendwas. Scharfschütze ist hier auch von uns. Die kreuzen super weit Osten. Kannst du die Ecke unterdrücken? Ich schmeiß eine Granate dem hinter den Truck. Mach mal. Schön. Oh, der hatte auch die Idee. Du musst ein Cluster drauf. Ich werf noch eine. Ja, du musst kurz dann erst mal eine werfen. Aber das 2-2-2 wird ihn... Ah, fuck. Die zweite hat mich erwischt. Es war ja klar, dass da noch welche hätten kommen können, ne? Ja, ja. Bist du denn noch heilbar? Ja, 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 ich bin bewusstlos. Okay. Ja, ich lauf einmal außenrum. Sorge dafür, dass der mal Ruhe gibt, der Wichser. Und dann hole ich dich. Das 2-2-2 übernimmt jetzt mal den Feuerschutz. Das kann jetzt nämlich besser als wir. Die sind an den Gleisen. Da müssen wir jetzt gleich für... Äh, müssen sich halt so... Direkt mit dem Auge abfällt. Bistab! Oh Gott, ja. Okay, und ran da mit dem 2-2-2. Du musst erst mal heilen, du. Ja, mach mal. Ich fang schon mal an. Oh, hier wurde schon reingespritzt. Oh, hier kommen wir aufs Dach. Sehr, sehr praktisch. Das... Das... Da hängt der Glatz in den Beinen. Ähm... Unser Truppführer ist tot. Gegenüber. Da laufen sie in den... In den Feldern. Unterm Wasserturm irgendwo, ja. Also, unterm Wasserturm direkt muss einer sein. Ach, den hast du durchlüpft gemacht? Ja, gut. Einer ist durchgekommen. Zum einen hab ich... Da laufen zwei. Einer erwischt. Rechts des Wasserturms jetzt. Zum Kreuz. Von links kommt ein Geschuss. Da hab ich keinen Blick drauf. Die laufen weiter auf den Punkt hier. Komische Nummer. Da, ja. Hab ich. Am Wasserturm. Oh, ich bin schon ganz schön oft gestorben, du. Es wird geraucht. Ich komm wieder dahin. Äh... Ich hab leider keine Granaten. Ich verleg mal. Das hat keinen Sinn mehr hier für mich. Ich bin schon auf dem Flach. Und ich will noch nicht... Ich muss nicht mehr. Ja, jetzt kommen die Granaten, ey. Richtige Entscheidung hier zu gehen. Ja.